Achtung! Ein NATO-Admiral, der hat jetzt eine drastische Warnung ausgesprochen. Eine Warnung, die in Deutschland für Angst und Schrecken sorgt. Er sieht in den nächsten 20 Jahren einen großen, einen umfassenden Krieg mit Russland auf uns zurollen. Und er geht davon aus, dass in diesem Fall nicht nur Soldaten kämpfen müssen, sondern womöglich auch Zivilisten wie Sie und ich. Ist dieses Szenario realistisch? Sehen wir uns bald an der Front wieder, Sie mit einer Panzerfaust, ich mit einem Maschinengewehr? Oder handelt es sich dabei nur um Panikmache? Ich sage Ihnen, was wir wirklich zu befürchten haben. Mein Name ist Martin Beerle, ich bin Autor des Buches, wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst und ich bin Gründer der 365 Target Challenge, die Sie jeden Tag Ihres Jahres unterstützt. Den Link zu den kostenlosen Probetagen finden Sie unter diesem Video. Der NATO-Admiral, der diese düstere Prognose abgegeben hat, das ist der Niederländer Rob Bauer, der ist Vorsitzender des Militärausschusses der NATO. Bauer meinte nach einem Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel, dass sich unser Leben grundlegend verändern wird. Er sieht uns schon im Schützengraben liegen und er weckt den Eindruck, dass bald russische Bomben auf NATO-Staaten fallen könnten, sodass Berlin oder Amsterdam, sodass London oder Paris das neue Kiew werden. Und Rob Bauer, der stellt sich offenbar vor, dass bei uns dasselbe wie in der Ukraine passieren könnte, dass die Soldaten ausgehen und dass Zivilisten wie Sie und ich das Land mit Panzerfäusten verteidigen oder in die Panzer steigen müssen, nachdem wir einen Schnellkurs besucht haben. So stellt sich der Admiral Rob Bauer einen Krieg mit Russland vor. Ich sage Ihnen jetzt, was ich von dieser Prognose halte und was daran so manipulativ ist. Und am Ende gebe ich Ihnen eine Einschätzung, ob wir als Zivilisten, Sie und ich, tatsächlich mit der Panzerfaust an die Front müssen. Drei Antworten an Rob Bauer. Erstens, ich halte es für realistisch, dass wir in einen Krieg mit Russland geraten könnten. Aber nicht zuletzt durch eigenes Verschulden. Ich glaube, dass unsere Ukraine-Politik ein einziges Spiel mit dem Feuer ist. Die NATO-Länder, die haben es sich in den Kopf gesetzt, Putin eine Lektion zu erteilen. Sie wollen diesen Krieg auf dem Schlachtfeld gewinnen, statt alles für eine diplomatische Lösung, für ein diplomatisches Ende zu tun. Aber wie ist Putin gestrickt? Würde er die Waffen strecken, falls er mit dem Rücken an der Wand steht? Ich bin sicher, das tut er nicht. Lieber würde er zu Atomwaffen greifen, als eine Niederlage einzugestehen. Und wenn der nukleare Geist erstmal aus der Flasche ist, dann kann morgen schon ein fürchterlicher Weltkrieg los toben. Ich sehe ein moralisches Recht, dass die Ukraine sich verteidigt und auch, dass sie vom Westen unterstützt wird. Aber ich kann mich gut erinnern, was mir ein deutscher Soldat gesagt hat, der selbst in Afghanistan kämpfte. Ich habe darüber ein Video gemacht, ich kann das gleich noch verlinken. Und dieser Kriegsherr vorne, dieser lebenskluge Soldat, der sagte, dass sich der Westen mit Blick auf die Ukraine wie ein trotziger Radfahrer verhält, der an der Ampel auf der Abspiegelspur seine Vorfahrt gegenüber einem LKW durchsetzen will. Natürlich ist der Radfahrer im Recht, aber was bringt ihm das, wenn er vom LKW zermalmt wird? Und natürlich ist auch der Westen im Recht, Aber was bringt ihm das, wenn er damit einen Weltkrieg entfesselt und zuschauen muss, wie die Ukraine immer mehr zerstört wird, ihre Bevölkerung zerstümmelt und getötet wird? Vielleicht sollte der Herr NATO-Admiral erst einmal alles dafür tun, eine diplomatische Lösung des Ukraine-Krieges herbeizuführen, statt mit der Panik-Trummel des Krieges durch die Straßen zu laufen und Zivilisten anzukündigen, dass sie demnächst Kanonenfutter werden könnten. Und damit bin ich beim zweiten Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist. Ich glaube, dass der NATO-Admiral Bauer seine Warnung vor einem großen Krieg mit Russland nicht zufällig ausgesprochen hat. Wir müssen uns fragen, welche Absicht verfolgt der Mann damit? Inwieweit will er unser Denken manipulieren? Zum Beispiel hat er in seinem Statement die Schweden als Vorbilder genannt. Ich kenne mich aus mit Schweden, ich lebe einen Teil des Jahres in Schweden und ich verfolge die Politik dort. In der Tat sind die Schweden von ihrer Regierung aufgefordert worden, sich auf einen Krieg mit Russland einzurichten. Zum Beispiel sollen sie Vorräte an Lebensmitteln zu Hause sammeln. Trägt das zur Beruhigung der Menschen bei? Trägt es dazu bei, dass sie den Frieden im Blick behalten und ihn anstreben? Oder kann es sein, dass exakt das Gegenteil erreicht wird? Denn indirekt heißen solche Aussagen ja, wir müssen damit rechnen, dass Russland über uns herfällt, wie es schon über die Ukraine hergefallen ist. Es wird die Angst vor Russland geschürt, die Angst vor einem Angriff. In Schweden beobachte ich, dass die Menschen auf Russland sehr, sehr schlecht zu sprechen sind. Nicht nur auf Putin, sondern auf ganz Russland. Beides, Putin und Russland, das wird mittlerweile leider in einen Topf geworfen. Ich halte ein solches Feindbild für etwas ganz, ganz Gefährliches. In der Psychologie, da gibt es ein wichtiges Gesetz, nämlich das Gesetz der sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Wenn ich nur fest genug daran glaube, dass ein Ereignis eintritt, dann führe ich es unbewusst selbst herbei. Ein Beispiel aus dem Alltag. Während der Corona-Pandemie, da haben die Deutschen gedacht, es könne bald einen Mangel an Klopapier geben. Und was taten sie dann? Sie kauften Klopapier, 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 wie verrückt. Und was führten sie damit herbei? Richtig, einen echten Mangel an Klopapier, den es sonst nie gegeben hätte. Und meine Befürchtung ist nun, wenn alle daran glauben, dass es zu einem großen Krieg mit Russland kommt, was tun sie dann? Sie führen diesen Krieg unbewusst herbei. Die NATO, die setzt riesige Manöver an. Deutschland bewaffnet sich mit einem Sondervermögen von 100 Milliarden bis an die Zähne. Und in Washington, da wetzen sie die Säbel. Seit Januar führt die NATO ein riesiges Manöver mit dem Ziel durch, sich auf eine russische Invasion vorzubereiten. Und der Admiral Bauer fordert an der Heimatfront, da müsse die Waffenproduktion beschleunigt werden. Welches Signal sendet die NATO damit? Und was wird die Folge sein? Ich befürchte, dass Putin sich in seiner Angst vor der NATO bestätigt fühlt, dass er in derselben Sprache der Feindseligkeit antwortet, dass er weiter aufrüstet, eigene Manöver ansetzt und sich tatsächlich bereit zu einer Auseinandersetzung mit der NATO macht. Und so kann ein Teufelskreis der Eskalation entstehen. Dann braucht es nur ein falsches Wort, nur einen Fehlernamen. Und schon drückt jemand auf den roten Knopf und dieser wunderschöne Globus, der fliegt uns um die Ohren. Kann es sein, dass NATO-Strategen wie Admiral Bauer aus eigennützigen Gründen Panik machen? Dass sie vor der vermeintlichen Gefahr eines russischen Angriffs warnen, um zu rechtfertigen, dass immer mehr Geld in todbringende Waffen fließt, statt zum Beispiel gegen den Hunger in der Welt oder auch gegen die Armut im eigenen Land eingesetzt zu werden? Nutzen die Militärs die Chance, endlich auf der Weltbühne wieder eine Hauptrolle zu spielen, nachdem sie in Europa lange Jahre lang keine größere Bedeutung mehr hatten? Wenn ich langfristig auf Russland blicke, sagen wir mal mit einem Blick von 20 Jahren, dann sehe ich ein völlig anderes Bild als Admiral Bauer. Ich sehe ein Russland, das sich nach Putin wieder dem Westen ernährt. Es ist in politischen Systemen wie an der Börse. Meist folgt einer Extrembewegung in die eine Richtung, eine solche Bewegung in die andere Richtung. Und das ist hier zurück zur Demokratie. Und ich sehe einen Westen, der diesmal anders als nach der Wiedervereinigung agieren sollte, nämlich den Russen die Hand reichen und ihnen eine Perspektive in der Gemeinschaft der Völker bieten. Wie wäre es mit einer solchen Vorstellung? Würde das nicht viel eher eine positive Wirklichkeit herbeiführen, als dieses kriegerische Geschrei? Vergessen wir nie, Russland, das besteht nicht nur aus Putin. Russland, das hat eine große Geschichte und eine große Kultur. Russland, das kann ein guter Freund, das kann ein starker Partner sein. Wenn wir eine solche Zukunft anstreben, dann stehen nicht die Waffen, dann stehen nicht die Kriegsszenarien im Vordergrund, sondern dann geht es um Diplomatie und dann geht es um gegenseitiges Verständnis. Und hier noch mein letzter Kritikpunkt an Admiral Bauer. Ich bin zwar kein NATO-Stratege und auch kein Militär, ich bin sogar Kriegsdienstverweigerer, aber ich habe genug recherchiert, um mir einen Dritten Weltkrieg vorstellen zu können. Das wird, anders als Bauer es darstellt, nach Ansicht der allermeisten Experten kein Krieg sein, in dem Zivilisten als Soldaten agieren und mit Gewehren das Vaterland verteidigen. Nein, wenn es wirklich zu einem Krieg zwischen Russland und der NATO kommt, dann werden in Nullkommanichts vernichtende Atomwaffen zum Einsatz kommen. Dann bringt es nichts mehr, wenn man in seinem Keller ein paar Kanister mit Trinkwasser gehortet hat, wie es die Schweden jetzt tun. Dann bringt es überhaupt nichts mehr, wenn man bereit wäre, sein Vaterland mit der Panzerfaust oder mit dem Gewehr oder mit der Faust zu verteidigen. Denn dann wird unser Land, dann wird unsere zivilisierte Welt in Nullkommanichts untergeben. Es wäre schön, wenn ein NATO-Admiral wie Rob Bauer einfach mal diese eine Wahrheit aussprechen würde. Ein Krieg zwischen Russland und der NATO, der bedeutet den Untergang der zivilisierten Welt. Dann werden all die gepriesenen Waffen nichts mehr bringen. Ich bin ganz sicher, mehr Waffen machen diese Welt nichts sicherer, sondern sie erhöhen die Kriegsgefahr. Wir brauchen nicht mehr Soldaten. Wir brauchen mehr Pazifisten. Wir brauchen mehr Deserteure. Wir brauchen mehr Menschlichkeit. Wir brauchen mehr Vernunft. Denn der Weg zum Frieden, der führt nicht über Kriege, die wir gegen Russland gewinnen. Der Weg zum Frieden, der führt über Kriege, die wir mit Russland und mit wem auch immer vermeiden. Wir brauchen keine Zivilisten, die an der Waffe kämpfen. Wir brauchen Zivilisten, die in diesen Tagen für den Frieden aufstehen und für den Frieden kämpfen. Wir müssen alles dafür tun, den Krieg in der Ukraine am Verhandlungstisch zu beenden. Denn sonst kann es tatsächlich passieren, dass uns die ganze Welt um die Ohren fliegt. Und jetzt schauen Sie unbedingt noch mein Video über eine unglaubliche Wahrheit, die dem NATO-Boss persönlich rausgerutscht ist. Er hat sich da an einer Stelle verplappert und er hat verraten, warum der Ukraine-Krieg tatsächlich ausgebrochen ist. Wenn Sie das hören, werden Sie staunen. Klicken Sie das Video jetzt hier in der Infobox und wir blenden es auch gleich noch zum einfachen Anklicken für Sie ein. Und jetzt noch ein Geschenk für Sie. Mein Webinar, das 3-Minuten-Geheimnis. Das verrät Ihnen, wie Sie mit nur 3 Minuten, mit nur 3 Minuten Aufwand pro Tag, Ihr Leben dauerhaft verändern können. Ob das wirklich Ihre größten Probleme löst? Ob Sie damit wirklich so viel erfolgreicher werden? Probieren Sie es jetzt doch ganz einfach aus. Das Webinar ist kostenlos. Klicken Sie hier. Bleiben Sie mir treu. Schauen Sie wieder vorbei auf diesem Kanal. Am liebsten mit Abo und Glocke. Ihr Martin Bärle Eingu beset ihr euch mit Abo und болtern dieses Pa不了en. Am liebsten mit Abo und Glocke. Wie ist Hanfburts Wenn nach einem Schlagblock schmügel